Jo, guten Tag, wieder zurück bei der Tierliste für Millenia Nationalgeister. Wer die erste noch nicht gesehen hat, also der erste Tier, den ersten Rang für Zeitalter 2, sollte sich das unbedingt anschauen, denn ich werde nicht spoilern hier. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, aber ich versuche es zumindest. Wir schauen uns jetzt an, was wir im vierten Zeitalter wählen können. Dazu gehört sowas wie hier die Ordensritter, das Rittertum, die Theologen abgeköpft natürlich, das wissen wir ja. Ja, die Entdecker, glaube ich, sind es. Der Meisterkünstler, glaube ich, noch nicht. Aber auf jeden Fall die Steppenhorn und so weiter und so fort. Schokolade, Gewürzhändlerin ist hier irgendwo noch. Das heißt, wir haben einige wieder zur Auswahl, die wir jetzt wieder einachten sollen. Ja, das ist die Gewürzhändlerin geköpft, sieht sehr interessant aus. Wir schauen mal, wie die denn so performen, ob sie denn auch einige S-Ränge haben oder ob es da nur Fails gibt. Was wir sehen können, wir fangen auf jeden Fall an mit Ordensrittern. Wie immer, hohe Schwierigkeiten, Meister, Großmeister, es geht mir nicht darum, auf einfach oder sowas zu bewerten. Ich sagte zwar immer, mein Senf gibt da meinen Senf zu, aber das heißt, dass die Ränge sich ändern, je nachdem, wie halt die performen für die Geschwierigkeit. Könnt ihr ja im ersten Video einfach mal schauen. Fangen wir jetzt einfach mal an mit den Ordensrittern. Ja, erstmal muss ich mir mal ein Save-Gain holen, damit wir das überhaupt gebacken kriegen. Damit wir auch wirklich mal alle hier anklicken können. Und dann können wir hier auf die Kreuzritter, also Ordensritter, Kreuzritter, wie auch immer. Und die Kreuzritter sind eine militärische Sache und haben als erste Fähigkeit Freischaltung von Ordensrittern. Dann könnt ihr die bauen und ihr kriegt direkt eine. Erstens schon mal für euch vorweg, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ordensritter sind eigentlich eine Kavallerieeinheit. Auf der Karte haben sie kein Pferd. Das sieht so bescheuert aus. Ich dachte schon, warum könnte ich so weit bewegen? Aber ja, die sind tatsächlich Kavallerie-Mobil. Das sieht man da oben ja nochmal. Deswegen darauf aufpassen. Das ist eine ganz normale Kavallerieeinheit. Aber sehr stark eben wegen den ganzen Bafs, die hier noch kommen. Generell auch schon sehr stark. Besser als der Ritter, meine ich. Von daher ist das eine sehr gute Einheit, die man schon mal nehmen kann. Kostet natürlich auch 5 Unterhalt. Mittlerweile durch den Patch ist schon ziemlich krass. Aber ja, kriegt ihr auch nicht reduziert hier wie bei Spartiaten oder sowas. Und ja, dann was haben wir noch? Wenn wir halt, also wir sind natürlich Militärfokus hier und da geht es auch wirklich um Eroberung. Wenn ihr nämlich eben eine Stadt kaputt macht, also das sind auch Vorstädte, also die zerstört, dann wird die ketzerische Religion um 25% verringern. Das heißt, damit kann man halt seine Religion voranbringen. Ist natürlich eine sehr mühselige Arbeit, das mit der Religion, auch das mit der Religion annehmen und so weiter. Aber wichtig ist halt einfach, dass ihr damit natürlich eure Religion weiter pushen könnt. Würde ich niemals als erst wählen, sondern immer das hier oben, das da unten ist eher so ein bisschen spielerisch, sag ich mal. Reliquienschwein ist sehr gut, wenn ihr den Glauben erfüllen könnt. Einfach 15 Vermögen, wenn ihr das in 3, 4 Städte habt, dann habt ihr schon mal 45 oder 60 Vermögen dazu was in der Zeit, wo wir sind. Im Mittelalter kann man ja so circa sagen, ist das sehr viel. Ihr müsst halt nur den Glauben am besten halt irgendwie mit einer Burg und einer Abtei da oder sowas sättigen, sag ich mal. Die Gebäude, wie dieser heilige Tempel, der nur Glauben bringt, ist halt ziemlich verschwendete Arbeitszeit für die Städte meistens. Deswegen müsste man das schon irgendwie anders regeln. Und dann kommt das Allerstärkste oder das Kombination das Allerstärkste. Und zwar kriegt ihr das militärische Hauptquartier. Das baut ihr einmal in eurer Stadt, kriegt dann immer ein Kriegs-EP, was ja auch schon mal cool ist. Habt ein bisschen Religion, was auch schon mal gut ist für eure Stadt. Dann könnt ihr euch den Reliquienschein auch relativ gut halten. Und bei Bau ritterlicher Einheiten kriegt zweimal Angriff gegen religiöse Ketzer. Ich kann euch da ein Beispiel nennen, das ich hier in diesem Playflug tatsächlich hatte. Die Ordensritter können auch am Ende noch eure Panzer kaputt machen, weil die halt einfach einen doppelten Angriff haben. Und wenn ihr mal schaut, haben wir hier beim Ordensritter eh natürlich schon einen Bonus gegen Fernkampf. Ist ja eh klar, aber 32 Angriff. Wir haben also 64 Angriff. 64 Angriff kriegt ein Panzer, glaube ich, ganz am Ende. Ich kann ja mal ein bisschen hier reinnutzen, auch wenn ich nicht zu viel spoilern will. Aber nehmen wir einfach mal hier so eine Mosketeneinheit. Die hat jetzt zwischen 28 Angriff, also deutlich schwächer. Ja, so hier so ein Britenerschützer hat schon mal mehr, 32 und so weiter und so fort. Verteidigungstechnisch, da sind natürlich nicht so gut, das ist knapp. Aber ihr seht halt, das sind schon ordentliche Werte, wenn ihr das verdoppelt. Die Moral ist okay, nicht besonders. Aber der Angriff ist schon sehr stark und wird damit halt nochmal verdoppelt. Weil meistens hat die KI halt eine andere Religion. Und dann habt ihr diese Konvertierungsdekret. Dieses Konvertierungsdekret, da werden, wenn ihr in der Hauptstadt einnehmt, auch wieder die Religion ausgemerzt. Das ist eigentlich, weiß nicht, ist es eigentlich nur gut, wenn ihr die Stadt auch wirklich übernehmen wollt. Weil habt ihr eure Religion da drin. Es gibt ja im Zukunftszeitalter oder im modernen Zeitalter ja die Fähigkeit, die Religion als Fundamentalisten zu behalten. Und da kriegt man wirklich massive Buffs, wenn man das halt schafft, die Religion aufrechtzuerhalten. Weil oft kommt ja die Säkularisierung, das heißt die Verwältlichung. Und die stellt das Ganze mit der Religion so ein bisschen ab. Das mit der Bundeskultur. Ich weiß nicht, ich hab's letztes Mal, ich kapiere es nicht ganz. Hier steht, jede religiöse Geburtsstätte, die du kontrollierst, also auch deine eigene, verdoppelt deine Kultur, die du durch die religiöse Bevölkerung erzielst. Das sind schon hohe Werte, ich glaub jetzt mittlerweile bei mir nicht mehr so. Guck mal gerade. Doch noch immer 6,5, was ja schon mal nicht wenig. Und 8,8 wegen globaler Religion. Aber ihr habt natürlich 6, also globaler Religion heißt einfach, die muss weit ausgebreitet sein. Da ich hier recht viel vom Kontinent kontrolliere, ist das halt so. Und religiöse Bevölkerung heißt halt eben, dass ihr da für die Bevölkerungszahl noch was bekommt. Und ich hab das aber mal angewandt, im anderen Playthrough. Und da kam nicht das Doppel, kam nicht einmal statt 6, 12 raus. Also ich glaube, irgendwie ist es falsch übersetzt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch irgendwie, ich weiß nicht, falsch hier irgendwie kommuniziert. Weil eigentlich müsst ihr, wenn ich 6 habe durch die Bevölkerung, müsst ihr, weil ich eine Geburtsstätte habe, 12 rauskommen. Wenn ich zwei Geburtsstätten habe, also von der KI in der Hauptstadt eingenommen habe, müsste ich ja schon dann 18 kriegen. Also ich denke ja mal, das ist nicht zweimal, sonst wären es 24, wären es 12 mal 2, dann müsste ich ja das bekommen. Aber hat irgendwie nicht geklappt. Es kann sein, dass die nur meinen, dass man zusätzliche Geburtsstätten hat. Also man muss eine KI dann zerstört haben, dann kriegt man das. Kann ich mir auch eher vorstellen, weil eben das von Mächtens, wie ihr seht, ihr müsst auch die Geburtsort einer Religion, also einer zweiten Religion haben. Also zwei von zwei sind da, hab ich jetzt zum Beispiel, weil ich hier schon jemanden erobert habe. Das heißt, ich könnte mir das von Mächtens auch freischalten, das ist natürlich cool. Ist allerdings natürlich eine Mammutaufgabe, gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe. Das ist nichts, was da so mal nebenbei macht. Da müsst ihr schon Fokus drauf setzen. Kann man natürlich gut machen, wenn man vorher die militärische Linie geht und hier weitergeht. Und das ganz gut klappt. Denkt aber dran, KI auf dem Großmeister hat immer so 10 bis 15 Stacks. Und die bauen die auch massiv nach. Das ist kein einfacher Fehler, da muss man das Spiel gut kennen. Aber es ist natürlich ein cooles, thematisches Ding hier. Und der Ordensritter ist halt super krass. Also diese drei Dinge hier sind einfach schon super. Wenn das gescheit klappen würde, wäre es auch super. Aber ich denke, es hat halt mit der Geburtsstätte zu tun. Ich würde jetzt hier die 12 bekommen, weil ich zwei Geburtsstätten habe. Und natürlich könnt ihr noch einen Kreuzzug aktivieren als Kulturkraft. Kriegt eine Armee von Ordensrittern. Und die könnt ihr einfach mal in der Hauptstadt spawnen lassen. Also sehr cool, sehr stark. Ist natürlich wieder sehr spezifisch. Ich würde sagen, für das, was es kann, ist es halt wieder extrem krass. Einfach schon die Einheit Ordensritter kann euch schon auch gegen Großmeister KI tatsächlich viel voranbringen. Sehr viel retten, eure Sicherheit gewährleisten, weil die sehr mobil ist. Sehr stark, gerade auch mit dem Zweifel im Angriff, wenn man das Hauptquartier gebaut hat. Das ist schon enorm. Man könnte sie jetzt auch runtersetzen. Aber ich finde, die ist schon A, weil sie thematisch super passt. Wenn ihr das aggressive Spiel auch richtig durchführt, seid da noch weiter voraus. Da habt ihr halt wirklich auch Kultur-On-Mass dadurch. Ihr kriegt viel Geld dazu. Das ist ein schönes Allround-Paket. Deswegen mag ich die sehr gerne. Dann gehen wir mal zum geköpften Ritter. Ja, eigentlich hätte ich jetzt sogar den Theologen machen sollen, um das religiöse Fertig zu machen. Egal. Ja, Ritterlichkeit, Kunstfähigkeit. Da müssen wir ja auch wieder drüber reden. Habe ich jetzt beim Ordensritter nicht viel zu gesagt. Ich finde, in dem Zeitpunkt im Spiel hat man eigentlich Kriegsep sehr viel. Von daher ist die mit die einfachste zu erhalten. Das war ja bei dem ersten oder zweiten Zeitalter halt nicht so. Ja, Kunst ist im Mittelalter, je nachdem wie ihr gegangen seid, immer etwas schwierig. Ja, Ritterlichkeit baut so ein bisschen irgendwie alles mit auf. Es geht aber vor allem auf Bogen, würde ich jetzt einfach behaupten. Und Bogen sind extrem stark. Schaut euch auf jeden Fall mein Tippvideo mal an, was ich noch rausbringen werde. Das ist extrem wichtig. Ich sehe es sogar schon draußen. Kommt drauf an, wie ich es lege. Extrem stark. Die Bogen sind extrem stark. Deswegen ist automatische Ritterlichkeit dadurch schon stärker. Weil es halt schon allein durch Majestät, die braucht ja auch sauviel Kunst dafür. Also das ist wirklich massiv. Aber allein durch Majestät die Bogen nochmal bufft. Und wir kommen ja zum Heldenzeitalter. Das ist ja gut, weil durch Heldenzeitalter könnt ihr relativ leicht Kunst kriegen. Und dann ist das wirklich eine super Sache. Schnell zum Majestät gehen. Zwölf Vermögen, eine Kultur. Einen wehrhaften Außenposten haben. Mit guten Verbesserungen. Ist göttlich. Also wirklich sehr gut. Kann man nicht anders beschreiben in meinen Augen. Und das ist ja noch nicht mal alles, was er hat. Dann kann er noch Vasallenbevölkerungswachstum pro Runde mehr geben. Das heißt, es kombiniert sich auch mit feudaler Monarchie super. Ist auch eine sehr coole Sache. Ihr könnt aber auch hier eine Kulturkraft haben, wo er zwei Bauern herbeiruft, die natürlich recht schwach sind. Diese Bauern könnt ihr auch mit Ritterschlag dann zum Ritter schlagen. Finde ich schon stark. Aber man muss halt die Kunstpunkte dafür ausgeben. Ich würde eher, glaube ich, die Route hier unten dann gehen. Aber das ist wieder meine Sache, dass ich nicht so der Militärtyp immer bin und da nicht so die Schiezi-Strategien so gut rausfilter. Ich denke schon, dass es stark sein kann, weil ihr dann jedem Vasall halt zwei Bauern gibt, was sehr stark ist. Und ihr könnt dann eben diese Bauern zum Ritter schlagen. Hat der natürlich eine ordentliche Arme die rausbuscht, könnt ihr vielleicht irgendwie gerade so einen genauen Moment erwischt, wo mit den Bauern halt irgendeine KI überrennen können. Ist auf Großmeister, weil die recht schwach sind und doch viel Unterhalt kosten. Naja, nicht so super. Also wenn ihr jetzt mal mit dem Ordensritter vergleicht, der hatte ja fast dreifach vom Angriff, ohne Buffs. Von daher, er ist aber deutlich über den zweifachen Angriff zumindest. Ist das okay. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr vier Vasallen hat oder fünf, könnt ihr natürlich einfach mal zehn Bauern holen. Die helfen euch bei der Verteidigung. Gerade auch gegen Großmeister KI kann das dann als einfach Verteidigung in der Stadt stehend nützlich sein. Dann haben wir Wandteppichweber. Ist einfach Stoff. In Wandteppich kriegt er mehr Kunst-EP. Finde ich viel zu teuer, muss ich sagen. Also 35 Verbesserungspunkte. Es ist halt, keine Ahnung, also viel zu weit weg. Ihr müsst erst mal Textilwerkstatt haben, also Weber. Der kostet schon wieder 20. Dann müsst ihr ja das abgebaut haben mit 15. Also von der Plantage aus. Dann sagst du schon 35 plus nochmal 35, 70 Verbesserungspunkte. Finde ich zu teuer. Also kann ich nicht so mitarbeiten, finde ich nicht gut. Klar, Kunst-EP ist cool. Aber wie gesagt, da kriegt er Besseres durch zum Beispiel. Heldenzeitalter. Oder andere Mittel. Das ist hier einfach nicht gut genug in meinen Augen. Dann haben wir das Wirtshaus. Das ist wieder cool, weil es eine Verbesserung ist, die in der Burgverbesserung, also im Außenpunkt. Posten gebaut wird und gebt euch einfach zwei Nahrung, vier Nuronunterdrückungen. Ich finde es mit 20 Verbesserungspunkten noch was teuer. Aber Nahrung, wenn ihr gerade Nahrung braucht, ist es auch eine ganz coole Sache. Aber auch nicht überwältigen. Also ich habe mir da ein bisschen mehr einfach gehofft, weil es halt Gebäude oder Verbesserungen sind. Verdenkt immer an Verbesserungspunkte, wenn ihr nicht gerade auf die, wie heißt es nochmal, tollen Jäger geht, wilde Jäger geht. Sind halt schon recht rar, auch noch im Mittelalter. Gerade wenn ihr zwei, drei Städte damit unterhalten wollt. Und da gibt ihr sowas eher weniger aus. Ja, dann wie gesagt, das zum Ritterschlagen ist ja eine ganz coole Kombination. Wenn ihr auf kirchischen Aspekt gehen wollt und eben hier mit den Lebensgrufe verleihen, könnt ihr das nochmal erweitern. Stellt durch eine Kulturkraft wohl wieder. Zwei Kulturkräfte hier, das ist immer sehr teuer. Ein Siedler und ein Ritter in einer Hauptstadt. Ritter kann natürlich auch schnell alt werden, von daher nutzt es früh genug. Da müsst ihr aber auch schon bis dahin, könnt ihr rechnen, fast 300 Kunstpunkte gesammelt haben. Das ist schon übel, weil das wollt ihr auf jeden Fall haben. Und dann wird wohl die Bevölkerung um eins reduziert, weil ihr halt ein Siedler baut. Ja, es ist sehr spät. An sich eine coole Fähigkeit, wenn es hier vorne wäre. Hier hinten finde ich es sehr spät. Also da finde ich dann den Bauern tatsächlich besser, weil da könnte ein Siedler auch einfach so dabei haben. Und Regierungserfahrung kriegt die immer besser. Also würde ich auch wieder hier eher nach zur Majestät tendieren. Da ihr eben Kultur und Vermögen habt. Und ja, dann müsst ihr einfach Burgen bauen. Das ist total einfach. Kriegt man hin. Ich glaube, man kann es auch noch mehr als drei haben. Man muss aber natürlich Ingenieurspunkte genug haben. Das ist aber jetzt nicht so schwierig. Jetzt bin ich leider abgelenkt worden. Aber ja, ich glaube, wir haben alles besprochen. Ist eine gute Sache. Teuer. Schwierig zu erreichen mit den Kunstpunkten auf jeden Fall. Aber das hier, Majestät, ist halt eines der besten. Rückzauß kann man da mitnehmen. Und halt, wenn man militärisch gehen will, ist das hier oben sehr gut. Ja, ich würde es... Ich unterschätze die Bauern. Ich würde es in B reinsetzen. Ich finde, es ist gut. Es hat irgendwie alles so ein bisschen was von allem. Die Burg ist halt natürlich exzellent. Das kann man sagen. Aber jetzt sagen wir mal, wir gehen mal von drei Burgen aus. Weil ihr 120 Ingenieurspunkte auch braucht dafür. Plus die Pioniere. Also rechnen wir mal mit, sagen wir mal 220, einfach mal so, um es gerechnet zu haben. 220 Ingenieurspunkte. Die zusätzlich noch zu den 200 Punkten, die ihr in Kunst braucht. Also ich weiß, ich habe da sehr viel Glaube drin gehabt. Und dann gemerkt, diese Punkte kriegst du einfach nicht. Und deswegen würde ich es eher bei B einordnen. Auch wenn es eine coole Idee ist. Coole Sachen bei sind. Also auf jeden Fall pickable, sage ich mal. Auf jeden Fall was, was man sich gut mal anwenden kann. Dann gehen wir mal zu Theologen. Der Theologe hat das Kloster. Ist auch eine Burg-Erweiterung. Da haben wir nicht wieder. Oder nee, Entschuldigung. Standard-Außenpost-Erweiterung. Ich nehme es zurück. Sorry. Gibt direkt eine Kunst-EP dazu. Dadurch schon mal sehr gut. Kostet nur 15 Verbesserungspunkte. Auch sehr gut. Das heißt, ihr braucht die relativ schnell. Befriedigt religiöse Bedürfnisse. Ihr kriegt sogar noch einen religiösen Text. Den ihr, wie ihr seht, durch Innovation noch buffen könnt. Mit Produktion und Vermögen. Und ihr kriegt eine Kunst-Erfahrung. Einfach mal on top. Ohne eine Bevölkerung dafür auszugeben. Super gut. Und ihr könnt es noch erweitern. Mit 10 Vermögen mehr Kloster. Weil, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste es aber so sein, dass gewisse Dinge auch von der Religion abhängig sind. Obwohl ich glaube, nicht mehr. Das war mal was später. Von daher müsste alles stimmen. Nicht, dass ich dann auch irgendwas tue. Aber gehen wir davon aus, dass es so stimmt. Deswegen sehr stark auf jeden Fall. Kloster. Ihr könnt das Kloster noch weiter buffen. Und ja gut, hier kriegt ihr einfach von religiösen Texten mehr Glaube. Finde ich jetzt okay. Damit könnt ihr halt den Fundamentalismus wieder so unterstützen. Und euren Glauben weiter verbreiten. Wenn ihr diesen Sieg anstrebt. Der sehr schwer zu erreichen ist mit der KI. Eigentlich fast unmöglich. Hier, das ist langweilig. Alle Hauptstädte generieren wir Glauben. Ist okay, wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt noch Glaube irgendwo. Kann mir die Kloster nicht leisten. In den Außenposten. Könnt ihr zuerst Kloster bauen. Dann zur Burg upgraden. Dann geht das ja durchaus. Dann habt ihr auch genug Glaube. Auch in euren Städten. Dann braucht ihr das eigentlich nicht. Aber natürlich, wenn ihr da einen Mangel dran habt, ist das okay. Dann ein großer Tempel. Das ist der erweiterte Tempel. Ihr kriegt erst mal diesen Schrein. Und dann kommt ihr dann zum Tempel. Und die kriegen Kunst-EP abhängig von der Bevölkerungsgröße der Religion. Sehr cool. Was genau steht hier leider nicht so. Aber in der Region von der Bevölkerungsgröße her gibt es einen gewissen Punkt an Kunst-EP. Ich kann mir nicht vorstellen, Pro-Bevölkerung. Hatte ich jetzt auch letztes Mal gespielt, aber ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Aber nicht Pro-Bevölkerung, sondern schon irgendwie so wahrscheinlich Pro-So-und-So-Viel. Kriegt ihr so-und-So-Viel dazu. Weil sonst Pro-Bevölkerung wäre schon krass. Stellt euch vor, ihr habt eine Stadt mit 20 Mitgliedern der Religion. Und kriegt 20 Kunst-EP. Das wäre komplett übertrieben. Könnte sein. Ich meine, ich hatte aber nicht so viel bekommen, sondern habe ein paar halt dann bekommen. Aber trotzdem sehr gut. Von Wunder am Berichten. Gesamtreligiöse Bevölkerung einer Region zu deiner Religion. Ja, im Notfall nutzbar. Ich finde eigentlich, man verbreitet die so ganz gut. Von daher passt das. Und hier habt ihr wirklich das, was wir eben beim Kreuzritter drin hatten. Nämlich das in meinen Augen ist genau die Formulierung, die ich da auch verstehe. Nur eben laut Geburtsstätte. Hier ist es einfach so. Meist verbreitete Religion. Religion einer Region. Man kriegt einen zweifachen Kulturbonus pro religiösen Einwohner. Da könnt ihr richtig, national wohl, nicht international. Da könnt ihr richtig abgehen. Das heißt, es werden hier die religiöse Bevölkerung, muss das hier sein. Das heißt, 6,5 würden dann einfach verdoppelt werden. Was natürlich extrem stark ist. Und ja, ihr braucht Einwohner, die die Stadt der Staatsreligion folgen. 40. Ich habe 149 gerade gut. Ist natürlich auch später im Spiel. Aber da habe ich auch schon wieder viele durch Säkularisierung verloren. Das heißt, ihr habt hier locker. Dieses Vermächtnis ist total einfach. Ja, wie immer Kunstpunkte sind teuer. Aber da diese Kommission schon allein das Kloster mit den Effekten plus 10 Vermögen ist halt lächerlich stark. Wenn ihr da an Kreuzhörter denkt, dann müsst ihr ein Gebäude bauen, um 15 zu bekommen. Hier braucht ihr eine Verbesserung, einen Außenposten zu ballern. Und kriegt sowohl Religion als auch Kunst EP, als auch eine gute, eine wahre und 10 Vermögen. Schon das hier allein ist extrem stark. Dann nehmt ihr das hier als drittes und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Einen großen Tempel würde ich aber auch noch in die Erwägung ziehen, wenn ihr da halt genau den Kosten-Nutzen seht. Aber ich denke, dass diese vier Fähigkeiten hier das absolut Stärkste sind. Und dann könnt ihr vom Mächtnis gehen. Also sehr gute Fähigkeit, wenn ihr eben auf Religion spielt und die Religion auch halten könnt. Wenn ihr die KI viel Druck macht, dann fällt das natürlich im Nutzen ab. In meiner Erfahrung macht die KI aber selbst auf hoher Schwierigkeit da kaum Druck. Von daher könnt ihr da sehr gut mit arbeiten. Ich würde es sogar bei S einordnen. Es ist schon für das, ich weiß nicht, A+, da müsste ich eigentlich mehr Erfahrung sammeln, um da jetzt eine differenzierte Meinung zu haben. Ihr seht mich hier gerade, wie ich hier und her war. Ich würde sagen, es ist beides möglich. Ich setze aber bei S. Weil ich finde, in dem, was es kann, und wenn ihr das gut spielt, ist der Spike, also das, was ihr an Power da gewinnen könnt, maximal. Also ihr habt dieses Verbesserung von dem Außenposten, was ihr hier habt. Ihr habt das Vermögen, was ihr hier habt, aber ohne oder mit weniger Bedingungen. Und ihr habt auch religiöse Befriedigungen, schneller. Hier kriegt ihr sogar noch, wo ihr mehr Bedürfnis habt. Das heißt, der ist da schon echt krass unterwegs. Den kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen. Dann gehen wir mal zu den Entdecker. Ja, der Entdecker, das sind, ja, Nordmänner sollen zu sein. Ist ja auch ganz cool. Was ganz cool ist, geht so um alles, was man halt mit diesen komischen Expeditionen machen kann. Ja, ihr kriegt einen frühen Entdecker. Das heißt, ihr kriegt schon schneller einen Entdecker als die anderen Leute. Ihr könnt damit schneller an den Naturwundern halt die Expeditionen starten. Finde ich langweilig. Weil brauche ich das? Ich kann eh nur in jedem Naturwunder, und die dürfen nicht mal den gleichen Typ haben, auch wichtig, kann ich eine Expedition durchführen. So oder so. Ob ich die halt fünf Runden später oder, sag ich jetzt mal, 20 Runden später mache, ist komplett egal. Gut, ihr kriegt einen Entdecker umsonst. Aber ihr könnt einfach jeden Speer, also Kundenschafter, zum Entdecker aufwerten. Von daher, wen interessiert es? Barneutralität darf man nicht unterschätzen. Ist sehr stark. Ist aber, ne, im Gesamtpaket, also schon allein durch diese Erstfähigkeit, weiß ich nicht. Also ich würde da eher drauf gehen als hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Barneutralität heißt halt einfach, die Barbaren nerven euch nicht mehr. Wenn ihr keine Probleme mit Barbaren habt, komplett egal. Komplett nutzlos. Dann haben wir Knorr, also ein Erkundungsschiff. Wurde ich, das ist nur ein Schiff. Damit ist es komplett schwachsinnig, muss ich sagen. Schiffe brauchen wir nicht. Müssen wir nicht drüber reden. Es kann halt Entdecker vorbringen. Wie steht hier nicht mal richtig erklären. Aber es ist halt so, dass ihr dann, glaube ich, auf Land gehen könnt. Und dann ist das eine Entdeckereinheit. Ja, bringt mir halt auch nicht so viel. Jetzt kommt eine coolere Fähigkeit. Die Entdecker-Gilde, die ist cool, weil sie einfach Wissen extra gibt. Wissen ist immer stark, könnte aber nur einmal bauen. Heißt, es gibt nur netto ein Wissen und dadurch nicht mehr so stark. Nein, da gibt es halt deutlich bessere Sachen. Ist okay, kann man mal mitnehmen. Aber ist halt viel zu tief drin. Expeditionsgrundchance finde ich auch komplett sinnlos. Ja, natürlich, ich habe schon so oft 80% gefailt. Das ist auch nervig. Aber ganz ehrlich, das sind halt maximal, wenn ich mal sage, du bist da wirklich aggressiv drin, machst du vier Expeditionen. Kannst du auch so machen. Dann abgeschieden, das sind ja die Goodie-Huds, werden gezeigt. Wer braucht das denn in der Zeit noch? Niemand. Die sind dann alle weg in der Zeit. Oder ihr habt schlecht erkunden. Oder die KI war komplett AFK. Also, unsinnig. Dann haben wir alle Naturwunder, damit ihr halt besser die Expeditionen machen könnt. Gerade ist eins aufgelegt, komplett schwachsinnig. Also, sorry, wird ich zumindest schwachsinnig. Daher könnt ihr mal Expeditionen machen. Aber auch die Expeditionen sind jetzt nicht gigantisch stark. Wenn ihr jetzt Expeditionen hier dreimal durchführen könntet, ne, dreimal, dann wäre es cool. Also, wenn ich einfach hier in der Fähigkeit stehen würde, mache jede Expedition dreimal, bis zu dreimal. Und hier wäre dann zum Beispiel, entdecke alle Naturwunder, dann wäre es stark. So ist es halt total schlecht. Und dann müsst ihr einfach Expeditionen abschließen. Ihr seht, ich habe drei. Ich glaube, maximal kriegt man auch immer drei. Also, mein Gefühl ist immer so drei circa. Sagen wir mal vier, wenn es gut läuft. Kriegt man auf jeden Fall leicht hin, das Vermächtnis. Aber ich finde, es ist extrem schwach. In meinen Augen. Außer Barbaren Neutralität ist der Rest einfach eher so Spielerei und nicht mehr. Ja, und Spielereien kommen ins C-Tier. Es ist ja nicht komplett sinnlos. Barbaren Neutralität ist cool. Wenn ihr Expeditionen mögt und sagt, ihr könnt da irgendwie vielleicht sogar sechs rausholen. Juh, dann macht es ruhig. Kost wohl viel EP. Es ist aber Entdecker-EP. Die kriegt man relativ gut. Von daher ist es nicht D, sondern C. Und das passt dann. Dann gehen wir zum Schogonat über. Das Schogonat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist stark. Militärisch irgendwo. Aber ist ja diplomatischer Fokus. Diplomatie kriegt man ganz okay, finde ich, am gewissen Zeitpunkt. Ist aber durch Gewürzhändler wesentlich einfacher zu bekommen als jetzt hier durch Schogonat. Natürlich kriegt das durch Märkte und so weiter schon okay. Braucht sie jetzt auch nicht dringend. Aber zum Beispiel für Händler und so sind die schon wertvoll. Gerade am Anfang, wenn ihr eure Vasallen buffen wollt. Oder eben für Diplomaten, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit der aggressiven KI. Wobei die Händler wichtiger sind natürlich. Aber ihr kriegt Samurai. Die Samurai könnt ihr dann bauen. Kriegt einen erstellt. Der ist recht stark. 26, 34, als Linie. Und hat halt Kampf gegen mit Schogon. Und mehr, also mehr Angriff und mehr Verteidigung mit Schogon. Der Schogon, der kommt halt hier später. Könnte ein Daimyo, den ausgelegten Daimyo. Das kommt hier nochmal zum Schogonbefördern. Ein Daimyo erstellen ist eine Domänenkraft, keine Kulturkraft. Also kann man ganz gut nutzen, weil Diplomatie wie gesagt okay vorhanden ist. Nur immer, weil Domänenkräfte ist auch immer so eine Sache. Ihr bezahlt ja eh schon 60 Punkte dafür. Wenn die dann nochmal 40 kostet, habt ihr da kein Glück mit. Aber ich sag mal, ihr werdet wahrscheinlich eher 20 bezahlen. Das ist so der Standard, wie ihr es immer mit dem Beschwören habt. Also 20 einfach, okay. Dann habt ihr eine relativ schwache Einheit. 15, 22, 1,3 Angriff gegen Kavallerie. Ja, kann man halt nicht viel zu sagen. Hat Unterhalt 10, vorsichtig also. Kostet sehr viel. Geht eher darum, dass ihr diese Daimyo halt zum Schogon aufwertet. Daimyo ist ein starker Anführer. Wie viel Taktik hat er denn? Steht hier gar nichts drin. Keine Ahnung, warum das starke Anführer steht. Aber die erhöhen die regionale Effizienz, wenn sie garnisoniert sind. Das heißt, ihr könnt die so als Adeligen da abstellen. Das ist natürlich sehr cool, weil ihr dann so wie diesen Buff von Kulturkraft einfach mehr Produktion, mehr Nahrung und so weiter habt. Das ist tatsächlich eine coole Fähigkeit. Müsst ihr halt aber auch bezahlen können. Dann könnt ihr ein Daimyo zum Schogon befördern. Das ist dann eben eine stärkere, deutlich stärkere Linieneinheit, die eben, was weiß ich jetzt eben, den Samurai auch bufft. Genau. Also wenn ihr Schogon dann viel Samurai ist und einen Schogon dazu habt, habt ihr deutlich stärkere Samurai, die dann auch wesentlich mehr aussteigen können. Das heißt, ihr habt da extrem starke Kampfeinheiten. Schogon hat auch Taktik dabei. Das wird hier nicht angezeigt. Geht nicht anders. Ich müsste jetzt, keine Ahnung, irgendwo graben, wo ich die mal gesehen habe oder gemacht habe. Aber das geht nicht anders. Wäre sonst schwachsinnig als Anführer. Aber das ist auf jeden Fall so schon gute Buffs, weil ihr hier diese 1,5, 1,5 bekommt. Das sind die Einheitenkombinationen, die sehr stark kostet, aber auch eben viel Diplomatie. Also Unruhenunterdrückung würde ich niemals nehmen. Dafür würde ich keine Punkte ausgeben. Kriegt ihr auch so hin. Wenn nicht, dann müsst ihr doch einfach ein paar Stadtwachen bauen. Ja, das ist einfacher. Das hier bringt auch in meinen Augen dann wieder nichts. Weniger Unruhen, wen interessiert es? Kriegt da hin, baut mehr Stadtwachen. Stadtwachen haben zwölf Unruhenunterdrückung. Die dauert nachher eine Runde zu bauen. Kommt da einfach zehn Stück hin. Lasst sie bis zum Endzeitalter stehen. Wer da nicht angegriffen will, wettet sie niemals auf. Und dann habt ihr alles an Unruhenunterdrückung, was ihr jemals braucht. Ja, und dann hier steht Aktion Show schon. Ne, schon. Oh Gott, keine Ahnung. Ich kann leider nicht japanisch aufwendig, wenn ich es gerne könnte. Auf jeden Fall können Shogun-Einheiten jetzt schon Verbesserungen in der Region erstellen. Wird nicht gezeigt, was das kann. Müssten wir einmal irgendwas anders nachgucken. Einen Moment. Jo, und dann haben wir hier in der Wiki können wir das finden. Ja, man muss manchmal echt in der Wikipedia graben, weil das UI wirklich, wir wissen, es grausam ist. Was kriegt ihr dadurch? Fast 20 Verbesserungen könnt ihr nur durch ein Daimyo, wie gesagt, bauen. Steht ja da, at least one Daimyo. Und dann könnt ihr die Karte spielen sozusagen und könnt dann hier ein Government XP und Diplomatie XP holen. Ist ganz cool. Ist aber nur bei Arbeit zu kriegen. Ja, genau. Also müsst ihr immer Arbeit, auch eine Person da drauf setzen. Deswegen ist es okay. Nicht übertrieben, aber ist in Ordnung gerade so. XP sind immer gut. Aber da gibt es halt bessere, muss ich sagen. Müsst ihr halt auch nicht in einem Außenposten haben, sondern wirklich auch in der Hauptstadt. Und da müsst ihr halt diesen Daimyo haben. Ist aber eine coole Sache, die man nebenbei mitnehmen kann. Ja, dann können Shugune-Einheiten kleinerer Vasallen, kleinerer Nationen vasalisieren. Ist immer kompletter Schwachsinn, weil in der Zeit, wo ihr das hier habt, gibt es keine kleinen Vasallen mehr. Zumindest auf meiner Schwierigkeitsstufe, die ich hier bespreche. Die sind alle schon weg vom KI, entweder erobert, durch Diplomaten eingenommen, von euch, von Diplomaten eingenommen. Und wenn nicht, habt ihr einen Fehler gemacht oder die KI war extrem lahm. Das ist aber meistens nicht so. Und ihr müsst vier Daimyo haben, um ein Vermächtnis freizustellen. Kriegt man, glaube ich, hin. Müsst ihr wohl immer mit Kulturkraft natürlich machen. Vier Kulturkräfte gehen dafür drauf, um diese Daimyo zu machen. Ich bin auch nicht mehr sicher, ob die Daimyo noch diesen regionalen Effekt haben. Das kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Entschuldigung, nicht die Daimyo, sondern... Also ihr müsst nur die Daimyo haben, nicht die Shugune. Also falsch. Ihr müsst nicht vier Kulturkraft haben. Sorry. Sondern nur vier. Domänen-Kraft-Diplomatie. Und die Daimyo, die braucht ihr. Also die, die diese regionalen Effekte geben, sind ja auch cool. Wenn ihr vier Städte habt, würde ich mir auch vier Daimyo gönnen tatsächlich. Dann kriegt ihr jetzt Vermächtnis. Trotzdem war schwer. Wir müssen viermal diese Kräfte erobern. Plus all diese ganzen Diplomatie-Punkte hier noch ausgeben. Geht bitte niemals auf diese beiden. Sondern wenn da hier unten. Ist ganz okay. Ich finde es ganz cool. Coole militärische Mischung irgendwo mit Produktions-Buffs, was ja cool ist. Ja, dieses Verbesserung ist okay. Es ist nichts Besonderes. Also nicht übermäßig stark. Ist okay. So, mein Gott, ich klicke mir den Wolf. Ja, ich würde es in B einorten tatsächlich. Ich würde es ein bisschen stärker vielleicht noch sagen, weil die Meteor-Einheiten mit dem Samurai schon sehr stark sind. Gerade mit dem Shogun zusammen könnt ihr da richtig abgehen. Und könnt dann mit der Verbesserung vielleicht noch eure extra EP holen, sodass ihr diese Sachen auch gut euch leisten könnt. Und die Daimyo erhöhen eure Produktionsfähigkeit. Können sogar, je nachdem wie stark. Das müsste ich tatsächlich noch besser ausprobieren. So viel Zeit habe ich einfach nicht, weil das Spiel bietet schon sehr viel Variation, muss man einfach sagen. Und manchmal gehen so gewisse Buffs, die man nebenbei nutzt, auch wirklich unter. Aber wenn die regionalen Effekte ähnlich wie die Kulturkraft sind, also 1,5, dann wäre es natürlich nochmal A auf jeden Fall. Könnt ihr euch so mitnehmen. Ich halte es hier zwischen. Weil es halt sowohl militärisch als auch eben in der Wirtschaft einiges bringt. Dann gehen wir zu den Gewürzhändern über. Ja, und damit auf jeden Fall ist hier besser als Theologe, finde ich. Weil es halt einfach ein so krass Paket gibt. Allein die Fähigkeit mit dem Siedler und Händler ist nicht zu toppen. Dann kommt halt noch dazu, dass ihr auch noch Handelsposten, die nochmal so 20, glaube ich, kosten. Oder 30 sogar. Umsonst brauchen wir. Statt 30, 0. Das ist massiv. Das könnte auch gern bei diesen 70 Prozent sein, dass man zum Beispiel Nutzschiffe bei dem alten Seefahrer auch für 100 Prozent weniger kriegt. Dann kommen wir zu den Steppenreiter noch und zu den Maschinenbauer. Die fehlen mir noch. Die suche ich gerade mal. Hier sind sie. Dann fangen wir auch mit dem Steppenreiter an. Also das Kahn hat nicht Steppenreiter. Ihr kriegt eine Kahn-Einheit. Furchtet, die hält nur 50 Runden. Wusste ich nicht. Das habt ihr im Tutorial ja vielleicht gesehen. Sonst könnt ihr euch das ja nochmal angucken. Die paar habe ich bis Renaissance gespielt, um das einfach mal selber kennenzulernen mit euch. Die Kahn-Einheit geht nach 50 Runden weg. Das heißt, sie ist dann auch verschollen. Also furchtet nicht, dass ihr die für immer bekommt. Wichtig ist nämlich, erstmal habt ihr Kahn-Barbaren-Neutralität. Wieder eine coole Sache eigentlich, wenn ihr die Punkte übrig habt und noch viele Barbaren rumlaufen. Kann man mitnehmen. Hier ist es natürlich stärker. Ihr kriegt drei berittene Bogenschützen. Das ist sehr stark. Ihr könnt die berittene Bogenschützen nicht bauen. Ganz wichtig. Das heißt, ihr müsst hier auf das hier hinten gehen. Kriegsaufruf kommen wir aber gleich zu. Und hier kann der Kahn halt diese eine Einheit, die ihr bekommt, Stämme vor einigen. Das heißt, ein Benachbart, das Barbaren, wird in berittene Bogenschützen konvertiert. Damit könnt ihr auch nochmal berittene Bogenschützen kriegen. Kann aber sein, dass ihr keinen Barbaren mehr habt. Also in der Map, die ich jetzt hier hatte, waren noch viele Barbaren immer im Norden da, weil da noch viel Platz war. Aber wenn die KI relativ schnell forward settelt, wie immer, dann habt ihr kaum noch Platz. Und dann werden auch keine Barbaren-Camps mehr spawnen. Und dann habt ihr diese Fähigkeit natürlich umsonst. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr die wirklich nutzen könnt. Ist also sehr situativ. Ja, dann kann er hier Keschik, kann berittene Bogenschützen erstellen. Also er kann halt die dann machen, aber nur in den 50 Runden. Denkt dran, danach ist Ende im Gelände. Und das soll ja so ein bisschen hier Genghis Khan simulieren. Der wird dann noch stärker und kann halt noch mehr Bogenschützen herbeiholen. Und ihr könnt ein Barbaren gegnerische Siedlungen machen. Würde ich niemals machen. Also finde ich schwachsinnig. Das ist in meinen Augen vor allem gegen hohe KI komplett nutzlos. Kriegt nix. Also außer der Barbaren ist irgendwie eine Armee von 300. Ja, dann vielleicht. Aber sonst nix. Dann könnt ihr die berittene Bogenschützen einfach nochmal waffen. Was natürlich cool ist. Ihr habt die ja als Hauptfähigkeit und Kriegsaufruf. Könnt ihr nochmal eine Kulturkraft. Kultur wohl, ne? Feuchtig. Aber erstellt berittene Bogenschützen in jeder befreundeten Region. Jeder. Damit heißt, ihr könnt sauviele Bogenschützen und könnt da richtig pushen. Militärisch gesehen ist das natürlich sehr stark. Aber wieder so ein bisschen wie die Plünderer. Das geht sehr schnell auch wieder vorbei. Also ihr müsst schon das sehr schnell nutzen. Die Bogenschützen werden relativ schnell obsolet. Sorry. Aber das ist halt trotzdem eine coole Sache. Kann man sehr gut snowballen mit. Und ihr braucht einfach nur zehn Bogenschützen. Dann könnt ihr das nehmen. Ich sag mal, gegen die Ultra KI, also die Großmeister KI, ist das jetzt nicht so nützlich. Aber wenn ihr das geschickt macht, könnte damit schon eine auch überrennen, glaube ich. Also das kriegt man schon hin. Vielleicht eine Kanone hinten dran oder ein Katapult oder sowas. Dass ihr da noch die Verteidigung brechen könnt. Dann könnt ihr, glaube ich, schon ziemlich mit denen abgehen. Weil ihr seht zum Beispiel die Werte hier 19, 28 ist schon sehr stark für einen Fernkampf. Also gut, ist eine Linieneinheit, sorry. Ich denke mal, ein Bogenschützen gleich Fernkampf. Ist hier aber nicht. Ist eine Linieneinheit. Dadurch ist es nicht so cool, weil es keine ultra starke Fernkampfeinheit ist. Aber es ist trotzdem eine sehr solide Linieneinheit. Und kann halt besser in Kavallerieeinheiten kämpfen. Und mit Kahn ist sie halt noch stärker. Von daher insgesamt auch ein sehr gutes Paket. Und durch diesen Mehrangriff hier hinten wird die Einheit natürlich noch mal stärker. Schnell nutzen mit dem Kahn. Schnell angreifen. Schnell überrennen. Dann ist es ganz gut. Und nehm bitte nicht die Fähigkeit da oben. Ja, würde ich A oder S. Schwierig. Ich glaube, für das, was ihr kann, ist sie halt auch S. Weil mein Ohrensritter ist so solide. Da baut ihr einfach die Ohrensritter. Ihr habt da auch länger, glaube ich, von. Dann, hier seid ihr halt schneller dran. Aber ihr könnt natürlich viel mehr snowballen. Wenn ihr das geschickt macht. Und dann diesen Kriegsaufruf nehmt mit Kulturkraft. Und überall noch mal berittene Bogenschütze hat. Und die Leute einfach überrennt. Ich glaube, dass das dann schon einfach S-Tier ist. Ich bin nicht so der Spieltyp dafür. Ich mache das eher strategisch. Brauche mir einen wissenschaftlichen Vorurteil. Und greife dann an. Zu verteidigen fand ich es aber auch sehr stark. Also es ist auch zur Verteidigung gegen die geisteskranke KI durchaus sehr sinnvoll. Das ist bei uns getan auch so. Nur hier kriegst du halt viel mehr Masse. Schnell, viel mehr Masse. Billig. Keine Produktion ausgeben. Einfach raus damit. Und mit diesen 50 Runden bist du dann eigentlich unangreifbar. Oder kannst sehr gut abwehren. Von daher passt das. Gehen wir noch zum letzten Maschinenbau. Ja, Maschinenbau. Also ich, ja, finde es sehr situativ. Also ich habe die Blille zum Beispiel noch nie geschafft freizuschalten, wenn ich es genutzt habe. Ich finde ja an sich, ich mag das sehr gern. Das ist genau mein Stil. Erstmal bei Ingenieurspunkte. Sehr teuer. Braucht man eigentlich immer für irgendwas anderes. Ihr könnt hier oben einen Eisenerzsucher machen. Das ist statt der Goldsucher, den ihr natürlich die Erkundungserfahrung bekommt. Was natürlich viel günstiger ist, weil Erkundungserfahrung, außer ihr habt einen Nationalgeist davon, ist natürlich sehr gut zu verschenken. Ihr kriegt den Eisenerzsucher halt nur mit der Ingenieurskunst. Oder ihr kriegt halt, und ihr kriegt halt einen direkt. Das heißt, ihr könnt auf einem Hügel einfach Eisen suchen. Und das Eisen dann nutzen zum Weiterverarbeiten. Ist ganz cool. Habe ich auch schon mal genutzt. Ist eigentlich die beste Fähigkeit mit fast hier drin, glaube ich. Dann habt ihr mehr Produktion durch Kohlegüter. Dann müsst ihr natürlich Kohle haben. Wenn ihr keine Kohle habt, bringt es gar nichts. Wenn ihr zwei Kohle habt, kriegt ihr insgesamt netto von dieser Fähigkeit zwei Produktionen. In meinen Augen auch nicht wirklich Wert aus. Ihr habt irgendwie zehn Kohle oder so da. Also ist sehr teuer. Dann würde ich lieber das dann nehmen. Alle Schmelzofenarten ist ganz cool. Plus drei Vermögen. Alle Schmelzöfen, die ihr irgendwo baut, kriegen diese Buff. Ist nett. Blöde, wie gesagt. Ich weiß nicht. Ich komme da nicht zu, die zu nehmen, weil es einfach zu teuer ist. Ist halt natürlich ein Tribouché, würde ich jetzt dazu sagen. Also so würde ich das einfach mal nennen. Ersetzt das Katapult. Ist dadurch natürlich recht stark. Aber kommt halt irgendwie in so einem Schnitt, wo die KI auf Großmeister schon in der Renaissance ist. Und dann braucht ihr sie nicht mehr. Dann müsst ihr schnell auf die Kanonen kommen. Sonst bringt es eh nichts mehr. Von daher finde ich das nicht stark genug. Der Vermögen ist ganz nett. Tüftler fand ich jetzt noch nicht gut. Obwohl, ja, doch, na, situativ. Also ihr könnt halt Werkzeuge, was halt extrem viel Produktion ist. Das ist ja das, was ihr aus den Öfen halt rausholt. Also Werkzeugstätten oder Werkzeugmacher. Dann zu Maschinen für vier Verbesserungspunkte umsetzen. Also ihr tauscht 16 Produktionen zu acht Verbesserungspunkten. Alter, da müsst ihr schon verzweifelt sein. Und das ist schon so spät drin. Da solltet ihr das eigentlich auch anders geregelt bekommen haben. Und wenn ihr eure Stadt so krass auf Produktion habt, dass die Stadt die Verbesserungspunkte mit 30 pro Runde produziert. Das solltet ihr nicht nötig haben. Ich fand das, ich hab den nie gebaut. Ich fand den nicht gut. Uhrenturm hab ich gebaut. Ist aber auch nicht gut. Ich hab Luxus nie gebraucht. Ich hab noch nie in meinen Städten, die auch bei 30 waren oder so, hatte ich immer genug Luxus durch irgendwelche Plantagengüter oder sonst irgendwas. Ich brauchte das nicht. Dieser Turm ist halt total sinnlos. Ja, und dann könnt ihr halt hier auch noch durch einen Pionierblüder erzeugen. Bringt mir halt nix aus dem Grund, weil ich halt keine Blüder hatte jemals. Und ich das nicht sinnvoll fand. Und dann müsst ihr drei Tüftler haben. Das sind wieder 90 Verbesserungspunkte, um dieses Vermächtnis freizuschalten. Habe ich dann einfach mal hingesetzt, also ich zu viel hatte. Das war, glaube ich, weil ich wilde Jäger hatte oder so, konnte ich die einfach hinspammen. Aber nur für das Vermächtnis. Danach habe ich die wieder gelöscht. Also der Eisenerze ist cool, gerade wenn ihr so eine Bergbrauchstrategie habt. Sonst ist alles sehr, das ist auch noch okay. Die beiden sind okay. Sonst sehr situativ, sehr teuer. Aber für Dartball, das kann viel zu teuer, finde ich. Von daher mag ich das leider gar nicht. Er ist trotzdem noch stärker als der Entdecker, aber bleibt für mich zäh. Ich finde es nicht stark genug. Jetzt können wir natürlich wieder diskutieren, wer von denen hier vielleicht der Theologo doch A ist. Ich finde aber, in dem, was sie können, sind diese drei schon sehr gut. Von daher lassen wir uns auch einfach so. Ihr könnt ja selber mal sagen, was ihr so meint. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Sagt der Omni ist völliger Dödel, der kann ja gar nix. Dann könnt ihr mal sagen, was ihr so genommen hättet, was ihr so da gesehen hättet. Und ansonsten geht es bald zu T3 und ich danke mir fürs Zuschauen. Like raus, Abo raus. Ihr wisst ja, alles unterstützt mich. Bis zum nächsten Mal.